In dieser Episode geht es spannend weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit dem Biohacker Max Gotzler. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bezüglich zum Beispiel der Hormonbalance, wenn du dir dieses Orchester ansiehst, fällt dir da jetzt spontan so ein Biohack ein, wie wir da das Ganze schön in Balance bringen können? Da kann ich ein paar Dinge dazu sagen. Ich fange mal an mit dem, ich würde sagen, wichtigsten Biohack überhaupt. Das ist die gute alte Mütze Schlaf, die uns nachts regeneriert. Und da du ja auch der Arbeit von Anja Leitz folgst, dann weißt du, sie ist auch gerade total auf dem Thema Schlaf. Da habe ich sie vor kurzem dazu interviewt, das ist noch nicht online. Und da haben wir auch wieder darüber gesprochen eigentlich, dass auch so etwas ganz Natürliches ist, aber es geht in der westlichen Welt verloren. Also wir sind eine schlafkranke Nation und Welt auch, auch aus den Gründen, weil wir uns das so ein bisschen abtrainiert haben, den Schlaf zu wertschätzen. Ich weiß noch, als ich in meinen Studentenjahren war, da war das eigentlich immer so fast angeberisch dahergesagt. So, ich brauche nur vier Stunden Schlaf. Und das ändert sich jetzt gerade wieder und besonders im Biohacking ist es ja wirklich der Nummer eins Biohack, weil wenn ich jetzt jedem Zuhörer oder Zuhörerin sagen würde, es gibt etwas, was du machen kannst, was dazu führt, dass du mehr Fett verbrennst, mehr Energie hast, produktiver bist, emotional intelligenter und ausgeglichener, schneller und besser Entscheidungen treffen kannst. Und gleichzeitig doch einen Effekt generierst, der sich dann immer noch dir mehr Energie und alles beschleunigt so ungefähr, dass du schneller die Person wirst, die du sein willst. Dann würde jeder sagen, diese Pille gibt es nicht. Dann sage ich, ja, es ist keine Pille, es ist einfach ein guter Schlaf. Und das ist sowas, glaube ich, was man wirklich als allererstes anschauen sollte. Schlafe ich gut, weil wenn du nicht gut schläfst und dann zum Beispiel auch als Leistungssportler oder als High Performer jeglicher Art, dann die Kerze an beiden Enden verbrennst, tagsüber, dann kannst du das irgendwann nicht mehr aufholen und dann brennst du sprichwörtlich und buchstäblich biochemisch irgendwann aus. So, dann bist du in dieser Stress, in dieser Kampf- und Fluchtreaktion zu lange und regenerierst es nicht. Und die Anja Leitz sagt das auch immer so schön so, wir machen uns tagsüber kaputt und wir brauchen die Nacht, um uns wieder zusammenzubauen und uns wieder zu regenerieren. Und das ist die Nummer eins. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Sachen, an denen man ansetzen kann. Ich denke, das wirklich Wichtigste heutzutage ist diese 3-2-1-Regel, sage ich immer. Drei Stunden vorm Schlafen gehen, aufhören zu essen. Zwei Stunden aufhören zu arbeiten und eine Stunde vorher mindestens keine Bildschirme mehr. Kein Handy mehr, kein Laptop mehr. Und das ist sowas, woran man sich ganz einfach halten kann. Und dann möchte ich noch eine andere Sache erwähnen zum Thema Abnehmen, die ich ganz spannend fand. Und da habe ich eine Studie jetzt gefunden, eine belgische Studie, die drei Gruppen von gesunden, leistungsfähigen Erwachsenen untersucht hat. Und die ein sehr eigentlich ungesundes Frühstück zu sich genommen haben. Viele Kalorien, ich weiß nicht genau wie viele, aber das spielt auch weniger die Rolle, sondern die haben alle drei dasselbe gegessen. Die eine Gruppe hat nicht trainiert. Die andere hat ein intensives Fitness-Workout nach dem Frühstück gemacht. Und die dritte Gruppe hat ein intensives Workout vor dem Frühstück gemacht. Und die natürlich, die nicht trainiert haben, die haben, ich glaube, es waren drei Kilo innerhalb von ein paar Wochen, drei Kilo Fett zugenommen. Was ja dann auch irgendwie verständlich ist. Die Gruppe, die nachher, nach dem Frühstück trainiert hat, hat ebenfalls zugenommen, aber nur halb so viel wie die erste Gruppe. Und die Gruppe, die davor trainiert hat, aber dieselben Kalorien dann gegessen hat nachher, die ist etwa gleich geblieben. Und was sie herausgefunden haben, war, dass ein bestimmtes Protein, Glut 4, sehr aktiver bei der Gruppe, die vorher trainiert hat und die da den Körper schon vorbereitet hat, den Zucker dann, den du nachher dem Körper gegeben hast, in die Muskeln zu ziehen, wie du es ja gerade schon so schön beschrieben hast. Der Zucker wird dann in die Muskeln gedrückt, wenn man sich bewegt. Und das ist wirklich eines der besten Sachen, die du machen kannst, wenn du jetzt wirklich schnell abnehmen willst, dein Workout im Fastenzustand zu machen und erst nachher was zu essen. Es muss nicht immer morgens sein, man kann auch zum Beispiel dann am Nachmittag, ich würde sagen nach drei, vier Stunden, indem man dem Körper nichts zugeführt hat, dann trainieren und danach dann erst die Mahlzeit zu sich nehmen. Und viele machen ja auch, dass sie sagen, ich brauche vorher noch Kohlenhydrate oder ich nehme dann eben mein Gatorade oder mein Elektrolytbrink, der eben auch manchmal noch Zucker hat, zu sich. Das ist nicht so effektiv und man hat eben gemerkt, zum einen die Blutzuckerreaktion verbessert sich und auch die Insulinempfindlichkeit. Also der Körper ist besser darauf eingestellt, mit dem Zucker umzugehen, den besser zu verteilen, in die Muskeln zu bringen und leistungsfähig zu halten. Und das will ich nochmal gezielt erwähnen, weil das finde ich cool, dass es diese Studie dazu gibt und dass das nochmal nachgewiesen ist, weil das ist, glaube ich, auch der Unterschied im Biohacking, wenn man das mal dann noch studientechnisch oder wissenschaftlich oder auch an einem Selbstexperiment nachweisen kann, so es funktioniert. Da gibt es Beweise dafür, dann ist das nochmal doppelt motivierend, das dann auch so zu machen. Ja, auf jeden Fall. Und finde ich total klasse, dass du das so erklärt hast und ich hätte es jetzt auch so vermutet, wie das Ergebnis gewesen wäre, weil es gibt ja noch eine Sache bei dem Workout vor dem Essen. Das wirkt ja auch noch entzündungshemmend. Durch die Myokrine, die da ausgeschüttet werden über die Muskulatur. Und das Fasten ja auch. Genau, das Fasten auch. Da haben wir wieder das Stacking. In der KPI wurde uns halt gesagt, wenn du jemanden hast, der Entzündungen hat, das wirkt sich sofort aus, wenn die vor dem Essen, ich sag mal, nur eine kleine Handtübung machen, auch wenn die jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Also das hat tatsächlich Auswirkungen. Also ganz zwei tolle Hacks, der Schlaf und der nüchternen Workout, das nüchternen Bewegen. Und die Leistungssportler kann man ja auch mit dem Menschen im ganz normalen Alltagswahnsinn vergleichen. Also ich sag mal. Eine junge Mutter, die vielleicht eine halbe Zeit arbeitet oder Ganzzeit. Also das ist extrem stressig. Also das ist heutzutage schon, das ist nicht umsonst, dass wir eine schlafkranke und leicht depressive Welt geworden sind. Und trotz unserer ganzen Errungenschaften technologischer Natur, wir sind einfach zu gestresst. Ja, und genau gut, dass du die Mütter noch erwähnt hast. Das ist natürlich auch eine riesige Gruppe von Frauen, die da noch mehr jonglieren müssen, wenn sie auch ganztags berufstätig sind und noch Kinder haben. Genau, und ich wollte natürlich sagen, nicht nur junge Mütter. Weil ich meine mit jungen Müttern immer Mütter von jungen Kindern, weil da ist es halt besonders anstrengend, auf sein Schlafpensum zu kommen. Und ich kenne sie, meine zwei Brüder Kinder haben und wie ihre Frauen das unter einen Hut bringen, das ist extrem bewundernswert. Aber natürlich auch egal, ich glaube, Eltern zu werden und zu sein, da habe ich extrem Respekt davor. Also ich bin es eben noch nicht, aber das ist schon, da kriege ich auch viele Fragen von Leuten. Ah ja, was kann ich denn machen und so. Und das wird ein Thema, glaube ich, auch, das immer wichtiger sein wird. Wie schafft man es, die zu entlasten? Ja, und das Schlafthema ist tatsächlich auch riesig. Ich sage mal, von zehn Leuten, die in mein Coaching kommen, haben acht auf jeden Fall ein Problem mit dem Schlaf. Das verändert sich tatsächlich auch dann durch die Ernährung und durch einen anderen Lifestyle. Aber trotzdem, auch wenn wir schon da viel drüber wissen, auch hier im Podcast schon oft drüber gesprochen haben, was sind denn deine oder was ist der eine Hack, den du anwendest, wenn du nicht schlafen kannst, nicht zur Ruhe kommst? Oder was empfiehlst du anderen Leuten, wenn die das wollen? Also was bei mir wirklich gut funktioniert, ist Lesen auf jeden Fall. Lesen ist eine aktive Tätigkeit, also ein Hörbuch hören. Ich mache zum Beispiel die Anja Leitz sehr, sehr gerne. Nachts, wenn sie nicht schlafen kann und mache ich ein Hörbuch an, funktioniert für sie super. Deswegen ist auch total legitim, definitiv vermeiden, aufs Handy zu schauen. Gibt es auch wieder tolle neue Daten dazu, dass es tatsächlich einen Bereich im Hirn aktiviert, wenn du nachts aufs Handy schaust, der einem eigentlich eine leichte Depression auslöst. Und also das ist phänomenal. Und ich muss auch sagen, ich habe in der Vergangenheit bestimmt das auch mehrmals gemacht und kann mich auch da so vage erinnern, stimmt, so der nächste Morgen war nicht so toll. Und deswegen das auf jeden Fall vermeiden. Also wenn dann bei Licht, das am besten eben nicht von oben kommt, sondern von der Seite in einem nicht so hellen Spektrum, natürlich idealerweise von der Glühbirne oder vielleicht dann wärmer leuchtenden LEDs, aber die sollten von unten kommen, da dann lesen. Das ist sehr gut. Und was für mich auch noch funktioniert, ist eine, das ist die Militärtechnik, nennt sich das. Und zwar, die ist auch ganz einfach eigentlich, aber das haben Piloten gelernt von, ich glaube, es war tatsächlich die Air Force aus den USA, die das beigebracht haben. Und zwar, die machen das ganz einfach, dass sie, ganz kurz lass mich überlegen, das war, die sitzen zum Beispiel auch im Flugzeug, das funktioniert wunderbar, auch wenn du im Bett liegst. Du zählst runter von zehn und danach sagst du dir selbst, denk an nichts, denk an nichts, so als eine Art Mantra. Und gleichzeitig konzentrierst du dich darauf, dass du alles entspannst. Also die drei Schritte eigentlich, so dieses einfach mal entspannen, schauen, ob ist da Spannung im Kiefer, im Körper, in den Händen, weil allein das Entspannen ist schon schlafinduzierend. Das Runterzählen beruhigt dich, das heißt zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Denk an nichts, denk an nichts, denk an nichts. Und das, wenn man das trainiert, also bei den Piloten hat das so gut funktioniert, dass die teilweise echt innerhalb weniger Minuten sogar in aufrechter Sitzhaltung in einem Flieger einschlafen konnten. Also sie hatten ein paar Wochen Training gebraucht, ich glaube, die haben das etwa sechs Wochen trainiert. Aber ich habe für mich gemerkt, also das funktioniert teilweise wirklich schon beim ersten oder zweiten Mal. Und das kann man ausprobieren. Also das würde ich gerne mitgeben. Dankeschön, den kannte ich noch nicht, den Trick. Ja, es nennt sich die Militärtechnik, glaube ich. Da gibt es auch schon ein paar Blogartikel online. Vielleicht schreibe ich sogar selber mal einen. Okay, wenn es jetzt um das Thema Achtsamkeit geht, gibt es da auch Hacks, wie du dich zurückholst, wenn du merkst, ich gehe gerade nicht achtsam mit mir um? Auch wieder ein ganz klassisches, eine ganz klassische Methode, die ich gerne mache, ist Schreiben. Also einfach wirklich, ich habe hier auch zum Beispiel jetzt gerade, da mache ich mir auch mal Notizen, so ein Büchlein vor mir, auch jetzt, wenn ich einen Podcast aufnehme, wenn mir irgendwas kommt oder Gedanken oder du auch was sagst, was mich jetzt interessiert, dann schreibe ich das gerne auf. Und wenn ich merke, boah, irgendwas belastet mich, fühle mich jetzt unentspannt, ich weiß nicht, was los ist und dann schreibe ich einfach mal wirklich eine Seite oder zwei auf und wirklich ganz einfach so, wie geht es mir gerade? Und was ganz gut hilft für Leute, die nicht gut Tagebuch schreiben können oder sich das nicht zutrauen, sich selbst Fragen zu stellen und diese zu beantworten. So wirklich so, was spüre ich gerade in mir? Und dann schreibt man das sozusagen auf. Wie geht es mir gerade? Was ist passiert heute? So, wen habe ich getroffen? Irgendwie so ganz, ganz simple Sachen. Und dann erst mal sich da so ein bisschen hineinbegeben, in was ist eigentlich, was ist die Situation? Und das mal so objektiv auf Papier bringen, hilft oft, das Stunts erst mal zu schaffen und dann zu sagen, ah krass, okay, ja, tatsächlich irgendwie, das ist eine Momentaufnahme. Und tatsächlich, Daniela, ist mir das gestern so ein bisschen passiert. Gestern hatte ich ein bisschen Stress und dann haben ein paar Sachen nicht funktioniert und dann musste ich Meetings verschieben. Und dann hatte ich auch zu einem Kumpel gemeint, irgendwie fühle ich mich aufgebracht und so. Und heute Morgen haben sich viele von den Dingen alleine erledigt. Ich habe heute Morgen dann die Power gehabt, alles auch zu regeln. Und dann dachte ich mir, manchmal ist es wirklich sinnvoll, einfach nur sich auf eine Sache zu konzentrieren, die wichtig ist, die machen und dann Zeit vergehen lassen. So, und das Zeit vergehen lassen, das ist auch wirklich so ein Hack für mich geworden. So einfach, die vergeht ja sowieso. So, und was ist jetzt, wenn ich nichts mache? Oder wenn ich nur diese eine Sache mache, was passiert da? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, ja, die eine Person ist ein bisschen genervt. Oder kann man sich entschuldigen? Und so. Und dann merkst du, ah okay, das ist jetzt alles gar nicht so wichtig, ich mache jetzt die eine Sache. Und ja, nachher ist man immer schlauer, aber dann weiß man oft, boah, es war ja doch nicht so schlimm, wie ich es mir alles gedacht habe. Also Zeit vergehen lassen. Ja, finde ich gerade witzig. Ich beschäftige mich gerade auch in meiner Gruppe mit den inneren Antreibern. Sei schnell, sei stark, sei gefällig, sei... Schade, schreibe ich mir zum Beispiel auf. Na, also das ist super interessant. Da gibt es auch super Tests im Netz, die du dir, die du kostenfrei findest und dann mal den Antreiber-Test machen kannst. Und das ist super interessant, was dann da rauskommt. Bei mir kam raus und ich hätte es fast schon vorher sagen können, aber ich wusste nicht genau, in welche Richtung es geht, weil ich könnte auch, sei perfekt, passt auch so ein bisschen, sei stark, passt auch so ein bisschen, aber sei schnell ist mein stärkster Antreiber und die stressen uns. Und ich habe mir witzigerweise heute dazu, weil du das auch gerade sagst, drei Sätze aufgeschrieben, um mich aus diesem sei schnell rauszuholen. Ist das jetzt gerade wirklich eilig? Fragezeichen. Oder ich nehme mir die Zeit, die ich brauche und Beschleunigung durch Entsteunigung. Einfach so hier als Erinnerung, weil man beschäftigt sich ja immer eine Weile so mit solchen interessanten Themen und dann irgendwann geht das wieder im Alltag unter. Und tatsächlich gehe ich das gerade mit meiner Gruppe, also die haben gerade die Aufgabe, ich habe ja auch noch den Ist-Sich-Lücklich-Club, das ist so ein Folgeprodukt vom Coaching. Und da beschäftigen sich zunächst Woche, das wissen sie noch gar nicht, mit den inneren Antreibern. Und das ist auch ein super interessantes Thema. Und da kann man auch ansetzen als Biohacker, finde ich. Cool, ja. Also ich mag auch immer so Modelle. Und das gibt ja alles möglich. Ich sage immer, das ist immer so wie so ein neues Netz derselben Stadt, so ein U-Bahn-Netz. Das bringt dich auch an ähnliche Plätze, aber es hat einen anderen Ansatz, andere Stationen. Und oft hilft es so. Ja, interessant ist, dass die inneren Antreiber uns schon in der Kindheit, in der Jugend, durch unser Umfeld, dass die getriggert werden dadurch. Und das ist uns nicht bewusst. Und wir lassen uns von denen stressen. Und wenn man das weiß, dass es die gibt, dann kann man sie entmachten. Das interessiert mich sicherlich auch. Ich kenne ihn leider nur auf Englisch. Aber den Saboteur-Test, also dass man die inneren Saboteure identifiziert. Und da gibt es dann zum Beispiel den Pleaser oder den Perfektionist und so verschiedene von den Saboteuren. Das geht in die Richtung. Genau. Das geht in die Richtung, auf jeden Fall. Genau. Was ich dich noch fragen wollte, ich habe noch ganz viel hier stehen. Ich konzentriere mich jetzt auf das. Daniela, da müssen wir das einfach irgendwann dann, wir machen jetzt sozusagen das Magentratzall, wie man sagt in Bayern, sodass die Leute Lust auf mehr bekommen. Und dann müssen wir es halt irgendwann nochmal die zweite Folge machen. Also Lichthacks ist auch immer ein Thema. Und da bin ich auch nicht so firm, muss ich sagen. Du hast ja gerade schon von Glühlampen erzählt und LED. Ich weiß natürlich den Unterschied. Habe ich aber wahrscheinlich im Podcast noch nie erklärt, warum Glühlampen jetzt die bessere Version sind oder die bessere Alternative sind. Und dann eben auch die, jetzt im Sommer ist das ja einfach, ins Licht zu gehen. Also das ist eines der ersten Dinge, die meine Leute lernen, ab ins Licht. Ihr müsst ins Tageslicht, bam, raus. Jetzt ist es aber im Winter natürlich und der steht ja schon fast wieder vor der Tür, ein bisschen schwieriger. Also es wird späthell und früh dunkel. Und wie machst du das? Also hast du dann wirklich auch spezielle Lampen für den Morgen, für den Abend? Habe ich jetzt in der Hinsicht nicht. Ich hatte immer mal wieder auch Tageslichtlampen. Wenn man sie richtig einsetzt, funktioniert es auch. Also da gibt es auch ganz gute Wissenschaft dazu. Es ist auch tatsächlich so, auch in nordischen Ländern ist man ja auch mal verwundert. Die haben ja so wenig Sonnenlicht. Wie kriegen die das hin? Also hier ist die Regel, je weniger Licht, je weniger Lux es draußen gibt, also wie viele Photonen in der Luft sind, desto länger draußen bleiben. Also wenn es ein bewölkter Himmel ist, also wenn die Sonne jetzt strahlt und scheint, dann musst du nicht so lange raus. Da gibt es tatsächlich auch Erhebungen, dass die Sonne stressen kann. Also dass die Blutzucker sogar erhöht, also wenn du in der vollen Sonne zu lange bist. Also das sollte man auch dann nicht. Und besonders wir hellhäutigen Menschen sind auch eher, der Alexander Wunsch, der Lichtbiologe, sagt immer so, Wald. Das Waldlicht ist eigentlich das gesündeste für uns, das Chlorophyllicht, das durch die Blätter gefiltert wird, wodurch noch die Infrarot- und Rotlichtfrequenzen durchkommen, aber eben UV dann teilweise blockiert wird. Das ist sehr gesund für uns. Und was auf jeden Fall unumgänglich ist, ist eigentlich das natürliche Tageslicht-Spektrum, um die innere Uhr einzustellen. Also das ist einfach, unser Körper ist damit über Jahrtausende Evolutionen so gekoppelt, dass das sehr schwierig ist, das künstlich zu ersetzen. Und das Beste ist wirklich morgens, sage ich mal, zwei bis zehn Minuten mindestens raus. Und zwar nicht am Fenster, weil am Fenster hast du 50 Mal weniger den Effekt, was ein Stanford-Wissenschaftler vor kurzem mal präsentiert hat. Und auch viel weniger Looks. Also du merkst es, wenn du dich selber zum Beispiel filmst, drin gehst und dann rausgehst, wie dein Gesicht auf einmal anfängt zu strahlen, weil du viel mehr Photonen auf der Haut hast. Und deswegen dieses morgendliche und abendliche rausgehen, und zwar bei einem niedrigen Solarstand, sagt man, das aktiviert einen Impuls, einen Elektroimpuls von den Melanopsin-Ganglien zu deinem supra-chiasmatischen, jetzt wird es ein bisschen technisch, Nukleus, aber das ist die innere Uhr. Und das ist wirklich am besten mit Tageslicht. Und auch wenn die Sonne nicht scheint, wenn es bewirkt ist, dann einfach ein bisschen länger draußen bleiben. Oder es auch das Fenster aufmacht. Übrigens auch, wenn man Kinder hat und die im Zimmer spielen, immer mal wieder das Fenster aufmachen, da kommen mehr Photonen auch nach drinnen. Anstatt eben, die kommen durch die Scheibe nicht durch. Und drinnen macht es Sinn, man kann wirklich helle Blaulicht-LEDs auch tagsüber haben. Das ist überhaupt kein Thema, weil wir dann wach sein müssen. Blaulicht tagsüber hält uns wach. Das brauchen wir auch. Und man kann so an Deckenlampen anmachen. Da gibt es auch, also ich bin ein großer Fan von dem Andrew Huberman, auch ein Stanford-Professor, der einen tollen Podcast hat, der da mehrere Folgen auch dazu gemacht hat. Und der ist Augenexperte auch. Also der kennt sich da sehr gut aus. Und der hat auch gesagt, tagsüber, man braucht keine Angst vor dem Blaulicht eigentlich zu haben. Wichtig ist, also zum Beispiel, wenn man jetzt beim Bildschirm ist, dann natürlich alle 45 Minuten eine Pause machen und auch mal in die Ferne schauen. Da ist eher auch das Problem, dass man auf diese geringe Distanz sehr, sehr viel so Blaulicht dann in die Augen bekommt. Und das sollte man immer wieder mal Pause machen. Dann immer wieder rausgehen, idealerweise auch. Aber da kann man ruhig die, das ist möglichst hell machen. Und am besten auch mit nicht flackerndem Licht. Und das ist auch der Unterschied oft zwischen LEDs oder Warmlicht, also Glühlicht, weil das Glühlicht, das fängt ja an zu glühen, da ist ein Draht, das wird warm, das hat Infrarot und Rotlicht. Und dadurch bleibt das aber auch beständig. Es ist viel angenehmer fürs Auge und es ist ein rundes, schönes Spektrum. Also das ähnlich ist von natürlichem Licht. Wohingegen LED-Licht, das wirkt so, als ob es beständig ist, aber eigentlich hast du so immer wieder Aussetzer und es flackert und man sieht es oft, wenn du beim Handy Licht filmst, also du kannst mal Lampen filmen im Slow-Motion-Modus und dann sieht man sehr schnell, ob es flackert oder nicht. Dann, je später es wird, macht es Sinn, eigentlich von oben nach unten zu wandern. Also sprich, wir sind einfach gekoppelt an den Solarstand auch. Wenn das Licht von oben kommt, und das ist ganz spannend übrigens, da gibt es Sensoren, die sind eher im unteren Auge. Also die werden getriggert, wenn das Licht von oben kommt, auf unsere Netzhaut und die sind gekoppelt an den Mechanismus des Uns-Wach-Haltens. Also je mehr Licht von oben kommt, desto mehr entsteht ein Feedback-Loop, der uns sagt, es ist Zeit, wach zu bleiben, die Sonne ist noch hoch. Und wenn die runterwandert, dann trifft weniger und weniger Licht auf diese unteren Rezeptoren und wir stellen uns einmal auf die Nacht, der Melatonin-Spiegel steigt an. Und das heißt, das können wir abbilden auch zu Hause, dass wir sagen, wenn wir uns gegen Abend bewegen, dass das Licht wärmer wird, eben wie aufgehendes oder untergehendes Sonnenlicht und gleichzeitig eher von unten kommt. Und der Alexander Wunsch zum Beispiel, der hat das, finde ich, in einem super Hack, kleine Lampen, Bewegungsmelder-Lampen, die man platzieren kann, zum Beispiel zum Weg zur Toilette. Und die kommen von unten und die haben sogar so ein Bernstein-Licht, die gibt es sogar auf Amazon, das ist wirklich ganz einfache Lämpchen. Und die sind mit Batterien betrieben und die kann man aufstellen und wenn man dann zum Beispiel auf die Toilette muss, dann werden die getriggert und dann kommt das Licht von unten. Auf keinen Fall, wenn jetzt ganz starkes Licht im Badezimmer von oben kommt, nicht einschalten, wenn man nachts auf die Toilette muss. Das kann dann tatsächlich diese Rezeptoren triggern, wo man dann wirklich wach wird. Also definitiv dann lieber das Licht auslassen und vielleicht eine kleine Taschenlampe mitnehmen oder sowas. Genau, und das ist eigentlich dann so, wo man wirklich sich an der Sonne orientieren kann. Also solange die Sonne auch da ist, würde ich sagen, braucht man sich wirklich keine Sorgen machen und wenn die untergegangen ist, dann wirklich schauen, dass man sich möglichst nach und nach von Kunstlicht entfernt und dann irgendwann auch die Bildschirme zumacht. Das kann im Sommer ein bisschen später sein und im Winter ein bisschen früher. Ja, das ist nochmal ein interessanter Tipp mit dem Licht, das nicht von oben kommt. Das ist ja wirklich auch leicht umsetzbar. Ich taste mich nachts im Dunkeln auf die Toilette, taste dann so, wo ist die Toilette, damit ich mich nicht daneben setze, so ungefähr. Das ist besser. Also das ist definitiv besser, als volles Licht anzuschalten. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch so zuletzt fragen soll, weil ich noch so viele Fragen habe. Aber ich frage dich mal noch nach was ganz außergewöhnlich, wo wahrscheinlich niemand, noch niemand was in meinem Podcast gehört hat. Die blauen Zungen, der Biohacker. Du hast berichtet, ich weiß nicht, ob das in einem Podcast war, von Blue Canatine, wie wird das ausgesprochen? Canatine, genau. Canatine. Weil es kommt von Cannabis und Nikotin. Ja, und meine Frage wäre, ist das noch was Natürliches oder ist das was, was so in unseren Lifestyle passt? Was du da, kannst du ja gleich nochmal kurz erklären, was das ist und nimmst du das tatsächlich noch? Ja, es ist leider in Deutschland nicht so einfach verfügbar. Ehrlich gesagt, ich bin gerade so ein bisschen weg von den Stimulantien. Also es ist super spannend und es wurde wirklich von zwei extrem schlauen Köpfen entwickelt. Von dem Dr. Scott Scherr, den ich auch schon im Podcast hatte und dem Achokoso, Dr. Ted Achokoso aus den Philippinen, der ein hochintelligenter Mann ist. Also der hat wirklich einen irgendwie der höchsten IQs, gemessenen IQs. und kleine Side Story, dann habe ich ihn mal gefragt, wie hoch ist denn sein IQ ist? So, wie hoch sein IQ ist? Und da meinte er an guten Tagen 180, an schlechten 185. Was wieder eine sauinintelligente Antwort ist. Und der hat das mitentwickelt. Sehr, sehr spannender Typ. Und zwar hatten die, die haben vier Wirkstoffe, also tatsächlich wurde es dann so ein bisschen so ein Biohacker-Kult-Phänomen, wo auf Konferenzen alle mit blauen Zungen rumgelaufen sind. Und die blaue Zunge entsteht durch den Farbstoff Methylenblau. Und Methylenblau ist eigentlich wirklich ein Farbstoff, also wird auch für Aquariumreinigungsmittel verwendet. Und kann man aber auch medizinisch zuführen und ist ein Mitochondrien-Booster. Also auch etwas, was NAD+, also ein Gehirnvorläufer des Energiestoffwechsels vor ATP, bereitstellt. Und das kann man zuführen, ist gut studiert, sicher. Und Cannatin-Blue besitzt aber neben Methylenblau auch noch Nikotin, Koffein und CBD. Und diese Kombination, also das ist dann wirklich ein richtiger Biohack, der führt dazu, man kann sich so ein Flugzeug vorstellen, das Methylenblau, das schafft so ein bisschen das Flugfeld, also die Landebahn, die Abflugbahn. Das Nikotin bringt dich so ein bisschen in die Höhe, das ist stimulierend, das Koffein ist ein bisschen längerfristiger stimulierend und das CBD führt dazu, dass du so nicht ganz nahe zur Sonne fliegst, sondern irgendwie langfristig deine Energie hast. Und das ist echt spannend, also man kann auch nur mal mit Methylenblau experimentieren, ist es sicher, es ist jetzt wirklich nicht bedenklich in diesen Sachen. Ich würde halt aufpassen, dass man wirklich nicht, kein Industrieprodukt, das wirklich zum Färben benutzt wird, weil da sind oft noch Metalle oder irgendwelche Zusatzstoffe drin, also schon medizinische Qualität. Ich habe in München tatsächlich auch schon Ärzte gefunden, die damit Patienten behandeln, allerdings ist es wirklich noch nicht sicher, ob das als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen ist oder nicht. Also es ist eher ein Medizinprodukt, das verscheidungspflichtig ist und das Ärzte in ihren Kliniken verwenden. Und deswegen, also dieses Kennedy Blue in den Niederlanden gibt es für alle, die es mal ausprobieren wollen, in Europa und im UK auch tatsächlich, aber in Deutschland. Wir hatten uns mal bemüht, das zu bekommen und zu verkaufen, aber das war zu unsicher. Was bewirkt das bei dir, wenn du das nimmst? Ja, ein kleiner Boost. Also ich habe zum Beispiel auch viel mit Nikotin rumprobiert, also ich habe absolut nie geraucht, aber tatsächlich mit Nikotin-Kaugummis oder auch Nikotin-Pouches, also die man so unter die Lippe steckt und das funktioniert sehr gut. Also Nikotin ist auch recht gut studiert. Das große Problem ist, macht süchtig. Und es ist allerdings, wenn man es nicht in Form einer Zigarette zuführt, jetzt gesundheitlich eigentlich recht bedenkenlos erst mal in niedrigen Dosen. es fördert wohl den Acetylcholin-Stoffwechsel, was die mentale Leistungsfähigkeit steigert. Und das merke ich schon. Also das hat für mich auch eben genau das Canatine Blue, diesen Effekt. Also man ist ein bisschen fokussierter, man kann mehr aufnehmen, man erinnert sich irgendwie an mehr, zum Beispiel wenn man auch einen Podcast hört damit. Das ist schon spannend. Allerdings, ich probiere im Moment gerade wieder komplett ohne Stimulantien, außer Kaffee. Kaffee ist das eine, was ich immer noch natürlich trinke und gerne, aber alles andere gerade mal so wieder ein bisschen weglasse. Und das wird aber bestimmt wiederkommen. Also wenn ich meine Hände wieder da rankriege, dann gibt es auch wieder eine blaue Zungenphase. Aber ich glaube, die Effekte, die du gerade beschrieben hast, hast du auch, wenn du aus der Isar gerade rauskommst? Ja, also ich denke auch, es ist wirklich, man zahlt so ein bisschen, der Körper ist ein wahnsinnig guter Buchhalter. Das bedeutet, man leitet sich so ein bisschen auf die Leistungsfähigkeit von morgen, wenn du sie nach heute ziehst. Also irgendwie findet man dann schon den Ausgleich. Und ich glaube, wenn du so eine Leistungsphase hast, wo du sagst, boah, ich muss jetzt das irgendwie fertig machen, ich habe ein Projekt, das hat eine Deadline und ich brauche ein bisschen mehr mentale Power, dann zu diesen Sachen zu greifen. Aber im Normalzustand darauf verzichten können, das ist, glaube ich, die gesündere Variante. Ja, aber trotzdem interessant zu erfahren, was es so gibt auf dem Markt und interessant auch immer wieder, war, dass in den USA und in den Niederlanden immer alles zu kriegen ist. Unter anderem auch Melatonin zum Beispiel, ja, oder weiß ich nicht. Melatonin gibt es auch hier mittlerweile. Ja, aber ja, auch in diesen Dosierungen. Also wir haben jetzt tatsächlich ein Produkt gerade, das kommt noch diesen Sommer. Also wir hatten schon dieses Deep Sleep Schlafprodukt mit Flowgrade und das haben wir jetzt neu aufgelegt und da haben wir jetzt einen Milligramm Melatonin rein. Aber ich denke, auch Melatonin, da ist man zu Recht ein bisschen vorsichtig. Ich denke, die Amerikaner sind da zu unvorsichtig, weil es ist ein Hormon. Also es wäre genauso, wie wenn ich jetzt in die Apotheke gehe und mir Testosteron oder Östrogen ohne Verschreibung holen könnte. Und es ist nicht ganz unbedenklich. Zum Beispiel hat man bei Melatonin gemerkt, dass bei Jugendlichen es die Pubertät unterdrückt, wenn ich mich recht erinnere. Da gibt es Studien dazu. Also zum Beispiel Jugendliche im pubertierenden Alter sollten es nicht nehmen. Und das ist eben so was, wenn es frei verfügbar ist, dann ist da so ein bisschen Konflikt und da sind manchmal vielleicht die Deutschen zu übervorsichtig und die Amerikaner und Niederländer vielleicht ein bisschen zu nachlässig. Und ich glaube, die Sache, also unser eins, Daniela, die Biohacker, die ihre Hausaufgaben machen, für uns ist das jetzt nicht gefährlich. Aber eben für jemanden, der jetzt nicht weiß und dann steht da ein Produkt irgendwie im DM und da steht irgendwie eine hohe Dosis Melatonin und super zum Schlafen und dann greift die nicht wissende Mutter von vielen Kindern dazu und gibt es allen ihren Kindern. Und dann ist der Salat angerichtet. Ja. Deswegen also. Ich habe da tatsächlich mal die Kira Kaufmann so interviewt. Die wirst du wahrscheinlich nicht kennen, ist eine Heilpraktikerin und auch Autorin. Doch, die habe ich auch schon interviewt. Ehrlich? Naja. Zum Thema Jod. Ja. Das war sehr erfolgreich. Ich habe hier zum Thema Schlaf interviewt, auch weil ich mal die Dosierung wissen wollte für Melatonin. Und ich wollte einfach, dass eine Fachfrau die Dosierung mal raushaut. Und das ist ganz interessant, weil sie sagt nämlich, dass gerade bei Melatonin es eben diese Feedback-Schleife nicht gibt, wie bei anderen Hormonen. Ja. Also ich habe das jetzt erst neulich gehört mit der Pubertät. Das hat mich dann schon... Genau. Dass du die Kira auch schon bei dir hattest. Schon länger her, schon ein paar Jahre her. Das war eine der ersten, aber der war sehr erfolgreich. Lieber Max, ich weiß, dass deine Zeit rar ist heute und möchte dich auch jetzt entlassen, sozusagen. Ich werde auf der Beitragsseite zu dieser Episode deine Bücher verlinken, deinen Instagram-Kanal, der ja auch gerade sehr spannend ist, weil du sehr interessante Tipps da auch gibst oder auch mal so zeigst, wie du deine Biohacks anwendest. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit und für all deine Einblicke, die wir heute von dir bekommen haben. Ja, danke, Daniela. Hat mich sehr gefreut. ein tolles Gespräch und ich beglückwünsche dich zu deiner tollen Arbeit. Wow, das geht gerade runter wie Öl. Vielen Dank. Bye, bye, Max. Tschüss. Okay, ich denke, mit den beiden Episoden mit Max hast du eine Menge Impulse bekommen, eine Menge Ideen bekommen oder vielleicht auch neue Ideen bekommen oder eine Idee dazu, wie du Dinge, die du sowieso schon immer gerne umgesetzt hast, jetzt wieder aufleben lässt. Und ja, ich kann dir immer nur wieder ans Herz legen, geh den nächsten kleinen Schritt, komm in die Umsetzung und dann wirst du sehen, was da Tolles passiert. Noch ein Hinweis für dich in eigener Sache, das Ist-Dich-Glücklich-Herbst-Camp wird Ende September die Türen öffnen, ganz offiziell und circa sechs Wochen vorher für die Frühbucher. Also als Frühbucherin hast du den Vorteil, dass du halt schon in den Teilnehmerbereich kommst, dass du schon erste kleine Aufgaben erledigen kannst. Vor allem, dass du einen Bonus-Workshop mit mir bekommst, der dich auch schon an die Startlinie bringt. Wir werden natürlich trotzdem alle gemeinsam Ende September starten, aber so hast du schon mal die Möglichkeit, dich so ein bisschen reinzufinden, dir deinen Kalender schon zu organisieren und so weiter. Wichtig ist hier zu wissen, dass du das Frühbucherangebot nur bekommst, wenn du auf der Warteliste zum Ist-Dich-Glücklich-Herbstcamp stehst und den Link dazu, den findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode auf meiner Webseite daniela-schumacher.de und natürlich auch hier in den Shownotes. Ein Eintrag auf der Warteliste ist natürlich unverbindlich und hat zudem auch noch den Vorteil, dass du nichts mehr verpassen kannst, dass du auch diesen kurzen Zeitraum, in dem sich die Türen dann offiziell öffnen und auch den Frühbucher nicht verpassen kannst und ich dich schon so ein bisschen an die Hand nehme, ein paar Wochen bevor es losgeht, ob du dann buchst oder nicht. Okay? Also das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Isst dich glücklich. Deine Daniela Deine Daniela Die Linke Die Linke Untertitelung des ZDF, 2020